Willkommen zu Clash Royale. Heute nehme ich mal von den Neon auf und ich stelle den Clan aus seinen Decks vor und da würde ich mal sagen, let's go. In dem allerersten Deck hätten wir ein 3,9 Elixierdeck. Da ist die Hexe, die Sperrkobolde, die Musketierin, die Koboldhütte, der Bomber, der Minipicker, die Pfeile und der Ballon drin. Also die Level muss ich mal nicht aufsagen, das könnt ihr ja selber sehen. Und sein zweites Deck, ist auch sein Hauptdeck, ist der Minipicker, die Goblins, die Sperrkobolde, der Ritter, die Bogenschützen, die Valkyre und der Ballon und die Musketierin. Und das dritte und das sechste Deck ist das 3,6 Elixierdeck, hab ich eigentlich das zweite Deck auch schon gesagt. Das ist ein 3,4 Elixierdeck und das ist ein 3,6 Elixierdeck und da ist der Ritter, die Bogenschützen, der Bomber, die Pfeile, der Feuerball, der Riese, der Minipicker und die Musketierin drin. Jetzt kommen wir mal zu dem Clan, der Clan heißt Geilo, ja ist auch ein guter Clan, der gute Clanname, ja. Er ist nicht der Anführer, also wie ihr seht, er ist nicht der Anführer, dass sie, ja und ihr könnt da von mir aus, von mir aus reinkommen, ich bin auch drin. Und ja, ich würde mal sagen, das war's mit der Aufnahme und tschüss.